Einen wunderschönen guten Tag. Seid gegrüßt hier aus den heiligen Hallen hier bei GamesFeld. Franz und ich machen jetzt Pizza. Ich bin ehrlich gesagt an dieser Stelle sehr happy. Felix ist krank, deswegen musstest du jetzt im letzten Moment einspringen. Ja, musste ich. Aber den Auftrag von Felix, dich trotzdem versuchen zu quälen. Ich weiß noch nicht, ob ich es umsetzen werde, aber ich soll es tun. Denn Pizza Connection 3 steht in den Startlöchern, erscheint für einen PC und da gibt es ja wie für die Serie halt berühmt und legendär die Möglichkeit seine eigene Pizza zu machen. Das wollen wir jetzt im Spiel machen und diese Pizza bestellen wir dann in echt. Und ich mache dem Flönz eine Pizza, er macht mir eine Pizza. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Du hast ja schon gesagt, du hast die Aufgabe von Felix bekommen, eine möglichst widerwältige Pizza zu machen. Ich will dir eine richtig schmackhafte Pizza zaubern. Du wirst sie essen und du wirst weinen vor Glück. Ja, und weinen, weil ich mich schäme, weil ich dir dann so eine ecklige gemacht habe. Obwohl ich noch nicht weiß, ob sie nur eklig klingen soll und dann lecker schmeckt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es fleischmäßig gehen soll. Aber das muss jetzt eigentlich als erstes drauf. Ich überlege zwischen vielleicht Schinken zu nehmen, Schinken und Salami oder Schinken und Peperoniwurst. Einfach zweimal Fleisch für dich. Ja, ist eigentlich immer ganz gut. Ja, dann würde ich das, kannst du mit dem, wenn du die rechte Maustaste gerückt hältst, so ein bisschen noch die Zutaten immer so drehen. Relativ easy. Dann machen wir hier noch eine in die Mitte. Plöp. Dann hast du halt noch so eine geile Peperoniwurst. Boom. Ist das geil? Ist geil, ne? Da freut sich der Pflanzt. Ja. Geht direkt geil weiter. Oliven. Ja. Oliven sind, finde ich schon sehr, sehr eklig. Ich würde mir für die wünschen, dass du halt wirklich viel Oliven hast. Ja, richtig. Machst dann bei der Bestellung so zehnmal Oliven, damit richtig alles vollgedeckt ist. Ja. Ich bin ja auch ein großer Fan von Spinat auf Pizza. Spinat. Aber wir machen erst Zwiebeln. Wir machen erst Zwiebeln. Zwiebeln ist gut. Sieht schon ganz lecker aus. Bis auf die Oliven. Wir machen mehr Spinat. Bei Spinat, weißt du, du holst dir Spinat und hast so einen riesigen Kopf oder so eine riesige Tüte. Aber das wird ja, wenn es zusammen kocht, das ist ja nur noch ein Achtel. Deswegen schön viel Spinat auch drauf. So, wir müssen mal ein bisschen gucken. Wir müssen ja die Zutaten ein bisschen abgleichen, damit wir sie auch tatsächlich kriegen, so wie wir sie haben wollen. Deswegen können wir jetzt keine Schlange auf unsere Pizza packen. Ich würde schon fast schon fast sagen, das reicht. Ich bin auch nie so ein Fan davon, so viel auf eine Pizza zu packen. Das ist schon irgendwie so für mich das Maximale. Aber gibt es noch irgendwas, womit ich dich ärgern kann? Ich habe gehört, ich könnte Ananas theoretisch nehmen, aber dann würde ich dich wahrscheinlich lebensgefährlich verletzen. Das nicht unbedingt, aber es wäre nicht sehr gut für meinen Körper. Oh, Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Ja. Bam, bam. So ist doch okay, oder? Ja. Ich bin so schon relativ zufrieden. Jetzt müssen wir uns noch beim Käse, muss ich mich noch beim Käse irgendwie einigen. Nehmen wir Gouda. Da wären wir jetzt nicht. Ich nehme hier so ein bisschen Mozzarella. Dann machen wir noch schön Gouda drüber. Du magst wahrscheinlich auch viel Käse, ne? Ja. Käse ist immer gut. So, schau dir das an. Ist das nicht geil? Ja. Flörns. Ist das nicht eine geile Pizza? So, Flörns. Ja. Dann bist du jetzt am Werk. Ich finde, ich habe dir eine sehr humane, sehr schmackhafte Pizza gezaubert. Und ich hoffe, dass... Weißt du, wir müssen auch einfach mal Felix besiegen. Felix Tyrannei. Ja. Den Wind schlagen. Das Problem ist, wenn ich das mache, quält der mich irgendwann mal wieder. Ach, der quält dich nicht. Doch, der quält mich immer. Ich beschütze dich. Wir fangen an. Erstmal mit, auf italienische Art und Weise, den Käse unten. So. Bis jetzt ist es ja noch ganz in Ordnung. Würde ich essen, ja. Ich glaube, Hack. Hack ist auch immer ganz gut. Bisschen Würstchen. Oh Gott. Das ist die Fleischliebhaber-Pizza. Ich merke schon. Wir werden wahrscheinlich gleich einfach, ich esse meine Pizza und du isst deine Pizza. Ich sehe es schon. Komm. Natürlich muss man das Ganze abrufen und ein bisschen Speck. Also ich mag ja Fleisch. Sag mal, was darf ich denn noch so verwenden? Fisch? Nein. Obwohl. Obst haben wir ja... Gibt es denn da Fisch? Ja, es gibt Garnelen- und Thunfisch. Oh, ne. Please don't. Auch hier ein bisschen Knoblauch. Knoblauch drauf. Aber auch ein bisschen Chili. Mhm. Für die Würze. Gemüsetechnisch. Jetzt kommst du mit dem Gemüse. Ja klar. Man muss ja eine Symphonie des Geschmacks. Mhm. Zwischen Fleisch und Fleisch. Das ist eher keine Symphonie. Das ist die Bloodhound-Gang aktuell. Im Grunde ist das schon mit dem ganzen Hack und Würstchen so die Ruhrpott-Pizza. Ja. Wie viele Zitaten hast du jetzt drauf? Eins, zwei. Also du hast erstmal drei Sorten Fleisch. Ja. Knoblauch. Chili. Zwiebeln. Chili. Käse. Okay. Mich stehst du zum Mais. Also wenn du mich ärgern willst, dann klappt das aktuell noch nicht. Also es klappt schon. Weil das ist ein Monstrum von einer Pizza. Und als ich die Pizza gemacht habe, habe ich ja gesagt, du hast so viele Taten. Das ist ein bisschen schwierig. Das Problem ist, ich kann halt leider nicht mit den Soßen spielen. Ja. Da bin ich auch eigentlich ziemlich glücklich drüber. Viele wissen es bestimmt nicht. Ich habe früher bei einem Franchise unter dem gearbeitet, die halt Pizza herstellen. Denn wir haben halt relativ oft einfach kreativ in Läden Pizza zusammengestellt. Und da war halt mit den Soßen so experimentiert immer so das Beste. Könnte Ei drauf tun? Nein. Please don't. Kein Ei. Ich hasse Ei. Ich hasse wirklich Ei. Ich hasse Ei. Dann mach lieber Thunfisch. Ich hasse Ei. 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 Dann noch ein paar Schrimps. Nein. Oh. Slanz. Oder Thunfisch. Nee. Thunfisch wäre, glaube ich. Surfen Turf. Hast du gerade Schrimps? Ich habe gerade Schrimps. Ah. Ich weiß ja nicht. Das wäre dann. Ja. Ach. Geht schon. Schrimps noch drauf. Ich sehe hier gar keine Schrimps. Hier. Garnelen. Und damit das alles noch besser schmeckt, ein bisschen Rucola. Kannst du mal bitte auf das, auf das da drunter. Genau. Genau. Wir haben Edamer Hackfleisch, Würstchen, Speck, Knoblauch, Zwiebel, Chili, Mais, Schrimps, Rucola, Parmesan. Ja. Also laut dem Spiel ist jetzt fast ein Kilo Zutaten drauf. Das ist ein Wocheneinkauf. Ich nehme die Würstchen nochmal runter. Oh, die Würstchen nimmst du runter. Ja. Mhm. Ja. Die Würstchen wären, glaube ich, zu viel gewesen. Hackfleisch und Garnelen. Willst du mich eigentlich verarschen? Surfen Turf. Wo ist das denn? Surfen Turf. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist Hartz-IV-Surfen Turf. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob du dich wirklich so tatsächlich beim Lieferdienst durchkriegst. Ja, die kriegen auch schon irgendwie durch. Die schauen selbst, glaube ich, gar nicht mehr drauf, was sie draufwerfen wollen. Deine Pizza, ganz ehrlich, deine Pizza sieht so aus, als hätte sich der Pizzabäcker einfach übergeben. Ja, oder Augen verbunden und dann... Ja. Aber das ist doch schön. Man muss auch mal neue Dinge wagen. Vielleicht wird das ja deine neue Lieblingspizza. Ey, meine Pizza, die gehen wir so durch. Die kommt an, der guckt sich das an und denkt sich, oh mein Gott, das ist ja wie ein Gemälde. Außer die Oliven. Als hätte Picasso eine Pizza erschaffen. Ja. Und bei dir ist es eher so, ja gut, wir werden sehen. Vielleicht schmeckt sie ja tatsächlich, ich glaube nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht. Da ist Bacon drauf. Das ist alles besser. Und Rucola. Und Rucola ist auch sehr gut auf Pizza. Und Zwiebeln. Und ganz wichtig, Garnelen. Und hier bei dem Lieferdienst sind die sogar noch in Knoblauch eingelegt. Und da ist sogar nochmal extra Knoblauch drauf. Das heißt, die werden alle stinken. Die Pizza jetzt bestellen. Wir werden sie liefern lassen. Sie wird dann hier sein und schauen uns die an. Und dann werden wir kosten. Liebe Freunde, die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Die Pizzen sind da. Hier befindet sich meine Pizza drin. Ja. Ich bin echt gespannt, wie die aussieht. Ich auch. Ich habe hohe Erwartungen. Und hier ist halt deine Bestialität. Wir werden sehen. Wir machen gemeinsam auf. Geht das irgendwie? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Ach so, okay. Ich verstehe. Mach du erst mal auf und dann... Nee, wir machen beide gleichzeitig auf. Ja. Sehr viel Knoblauch sehe ich schon mal. Die sehen beide überraschend gut aus. Obwohl, die sieht eigentlich besser aus. Schau dir diese Pizza an. Ja, deins ist halt so... Da, ein dreiköpfiger Affe. Nein. Ein dreiköpfiger Affe. Ich will viel lieber diese Pizza essen. Das ist eher so München. So gut. Was ist denn mit München? Nicht viel los. Und das ist eher so Berlin. Einfach alles auf einen Haufen. Verstehe ich nicht, aber okay. Ja, es ist halt grün. Nicht eng. Beineinander nicht viel gehäuft. Und da ist... Da ist Paddy. Ich weiß gar nicht. Ich suche gerade irgendwo eine Stelle, wo keine Garnelen sind. Schauen wir mal. Ohne Garnelen. Nice. Mhm. Sehr Knoblauchlastig. Schmeckt's. Aber... Also deine schmeckt sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ohne Garnelen schmeckt deine Pizza auch gut. Ich glaube, es war ein guter Call, die Würstchen runterzunehmen. Ich glaube, Würstchen wäre zu viel gewesen. Oder Ei. Das ist eine gute Pizza. Das ist eine gute Pizza. Ich kann nicht meckern. Ich wünsche, ich könnte meckern. Auf dem Papier dachte ich, oh mein Gott, was ist das denn für... Hast du keine Olive gegessen? Haben die einen Kern? Mhm. Dann ist es auch nur eine halbe Olive, ganz ehrlich. Stell ich nicht so an. Ach. Auf dem Papier sah deine Pizza schon so aus, als wie ich denke, oh Gott. Das ist aber ein ziemlicher Autounfall. Aber ich muss sagen, ist eine gute Pizza. Ich hätte doch Ei drauf tun sollen. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Pizza verspeisen. Pizza Connection ist jetzt auch mittlerweile erhältlich, oder? Ist ja jetzt der Freitag. Pizza Connection 3 für PC. Kann man mal machen. Ja. Pizza selber basteln. Und kann auch eigene eigene bestellen, wenn ihr nicht gerade Ameisen draufhaben wollt. Ja, Ameisen würde ich glaube ich nicht empfehlen. Aber dann davon. Pizza ist gut. Pizza. 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 Pizza.